30 Jahre Freimaurer. Warum hast du dich eigentlich für die Freimaurerei entschieden und was waren die Beweggründe, dich mit der Sache überhaupt zu befassen? Ja, das ist eigentlich eine gute Frage. Darf ich ein bisschen ausholen? Also es war so, pass auf, es ist so, ich bin ja in der DDR aufgewachsen, also ich bin 68 geboren, bin in Leipzig aufgewachsen, war immer in Leipzig und war 18 Jahre alt oder 19 Jahre alt zur Wendezeit. Ja, also im Grunde genommen, ich meine Kindheit, Jugend habe ich in der DDR verbracht und da gab es keine Freimaurerei, die war ja im Osten oder in allen sozialistischen Ländern mit einer Ausnahme, nämlich Kuba, da gab es immer Freimaurer, aktiv auch und in allen anderen Ostblockländern war die Freimaurerei verboten, beziehungsweise nicht wieder zugelassen und so weiter. Und deswegen kannte man das ja gar nicht so. Da kam, wie gesagt, die Wende. Ich war dann Student, ich habe Philosophie angefangen zu studieren und meine Mutter, die wohnte nicht weit weg von meiner Studentenbude. Die kam also immer mal rüber gelaufen, so zwei, drei Blöcke, wie man in Amerika sagen würde, wohnte die entfernt. Und die hatte die Angewohnheit, wie viele in der Generation, die hat immer die Tageszeitung gelesen und hat dann immer Sachen ausgeschnitten und hat mir irgendwelche Zeitungsausschnitte immer mitgebracht, wo sie meinte, das wäre wichtig, dass ich das wüsste. Und immer, wenn die kam, hatte die so einen Stapel Zeitungsausschnitte und hat die dann immer auf den Küchentisch gelegt und so. Und eines Tages habe ich mir das angeguckt und da war auf der Rückseite, also das hatte die gar nicht jetzt bewusst deswegen ausgeschnitten, sondern da stand irgendwas anderes auf der anderen Seite. Also da war eine Annonce. Was ist Freimacherei? Interessierte Herren wenden sich an. Also diese Annonce war gefühlt vielleicht so groß. Das war eine kleine Zeitungsannonce. Und war eben eine Kontaktadresse dabei in Hannover. Und das fiel mir ins Auge. Und dann dachte ich, okay, so ein bisschen diffus hatte ich mal was gehört über Freimacher, auch mal irgendeinen Film gesehen, so Sherlock Holmes Film oder irgendwas, wo jemand so einen Ring hatte oder irgendwie in der Art. Aber eigentlich hatte ich keinen Plan. Eigentlich hatte ich keine Ahnung. Ja, und dann habe ich mich wirklich an meinen Küchentisch gesetzt, habe einen Brief geschrieben, wer ich bin und dass mich das interessiert und habe das dann dahin geschickt. Ja, irgendwie dachte ich so, okay, du wirst wahrscheinlich sowieso keine Antwort kriegen. Aber siehe da, es kam eine Antwort. Und es war auch noch ein sehr persönliches Schreiben. Also jetzt nicht irgendwie nur so ein Flyer eingetütet oder so, sondern da wurde mir wirklich persönlich geantwortet. Und dann habe ich mich wieder hingesetzt und wieder einen Brief geschrieben. War ja alles zu einer Zeit, wo es E-Mail und sowas noch nicht gab. Und dann ging das so ein bisschen hin und her. Und irgendwann nach einem halben Jahr oder was kam dann auch mal eine Einladung. Dann habe ich gesagt, wir würden Sie gerne persönlich kennenlernen. Kommen Sie doch mal nach Hannover. Dann habe ich mir einen Anzug gekauft. Gott sei Dank gibt es da kein Foto mehr davon, weil der sah schon gruselig aus. Und bin in den Zug eingestiegen und bin nach Hannover gefahren. Genau. Und dann gab es ja schon das nächste lustige Erlebnis. Willst du das gleich noch hören dazu? Ja, gerne. Also das war wirklich so ein Running Gag eigentlich später noch immer. Jetzt zeige ich mal die andere Seite. Also was mir ja alles unbekannt war. Ich wusste, ich schreibe mit Freimachern in Hannover, die einer bestimmten Loge da angehörten. Friedrich zum Weißen Pferd heißt diese Loge. In Hannover gibt es mehrere Logen. Und diese Loge hatte sich also in der Wendezeit vorgenommen, die Leipziger Loge hier Minerva wiederzubeleben. Ja, also das war so, dass eben mit der Öffnung der Mauer die Logen in Westdeutschland sich überlegt haben, wo können wir jetzt die Freimauerei in der ehemaligen DDR sozusagen wiederbeleben und alte Logen wieder reaktivieren über Patenschaften und so weiter. Und diese Loge hatte sich das eben für Leipzig vorgenommen. Daher auch dieser etwas ungewöhnliche Weg zu annoncieren. Das war für damalige Zeiten war das völlig eigentlich unüblich, solche Werbung in dem Sinne zu machen. Aber sie sind eben den Weg gegangen. Wie ich viel später dann erfahren habe, muss das eingeschlagen haben wie eine Bombe. Die haben also hunderte Zuschriften bekommen. Die haben ja damit gerechnet, dass vielleicht so 30 Briefe kommen, wenn überhaupt. Aber es sind mehrere hundert gewesen. Und da die aber vorher schon beschlossen hatten, dass jeder Brief individuell einzeln beantwortet wird und nicht eine Flyer-Aktion oder sowas gemacht wird, hatten die dann wirklich das Problem, dass die also hunderte Briefe beantworten mussten. Ja. So, und bei diesem Besuch dann, als ich dort ankam, stand in dem Einladungsschreiben drin, bitte, wir holen Sie vom Bahnhof ab, bitte sprechen Sie einen der Herren mit einer Rose am Revier an. Ich war natürlich auch nicht der einzige Interessent, der da an dem Tag eingeladen wurde, sondern da hatten die so um die 30 Leute vielleicht eingeladen, ja, die sich aber alle untereinander natürlich auch nicht kannten. Die waren alle irgendwie in dem Zug, alles Leipziger. Und ich war eben einer von denen, so, ohne jetzt zu wissen, wer die anderen sind. Und dann kam ich da an und steige aus in Hannover auf den Bahnhof und gucke so und steht, wirklich so ein hochgewachsener, älterer Herr, so ein bisschen Typ preußischer Offizier, sag ich mal, ja, mit so einem Schnauzer noch, so grau, ja, stand da und hatte eine Rose am Bewehr. Ja, ich bin dann zu dem hin und hab so gesagt, ja, ich sehe da, dass Sie diese Rose am Rewehr haben und so. Ach, Sie müssen Herr Beunikow sein, sagt er. Ich so, oh, woher wissen Sie das, ja? Und da sagt er, na ja, ist ganz einfach, weil Sie sind mit Abstand der Jüngste, der uns geschrieben hat. Und hoffentlich, und das hat er dann wirklich gesagt, hoffentlich fühlen Sie sich wohl zwischen diesen ganzen alten Säcken. Das war so ein Widerspruch, dann erst dieses Ding mit der Rose, geheimnisvoll und so weiter, dann kommt da so ein Spruch. Und der ist übrigens dann später auch einer meiner beiden Bürgen geworden. Also super Typ war das. Ja, und dann sind wir ins Auto eingestiegen und erst mal ins Logenhaus gefahren. Und dann ging das da weiter, ne? Das fängt ja schon mal sehr spannend an, die Geschichte. Ich wundere mich gerade, ich habe ja da nicht so den Einblick, ich wundere mich gerade darüber, dass die Freimaurer annonciert haben, also eine Annonce aufgegeben haben und per Annonce Mitglieder gesucht haben. Ist das denn auch heute noch schick bei denen, dass sie das so machen? Also heute ist es alles offener. Ganz viele Logen haben Webseiten, ja. Die Großlogen haben auch Webseiten, da gibt es überall Kontaktformulare. Also es wird nach wie vor keine aktive Mitgliederwerbung betrieben. Also das gibt es sogar auch sowas tatsächlich. Aber es ist hier zumindest in Deutschland unüblich. Aber in den USA oder in England gibt es richtig Werbeaktionen. Große Plakate, Werte Freimaurer und so weiter. In Deutschland sehr unüblich, damalige Zeit ganz unüblich. Der klassische Weg ist ja, dass man über einen Bekannten mitgenommen wird, in die Loge eingeführt wird sozusagen, was es nach wie vor auch gibt. Aber mit der Entwicklung Internet und so weiter hat sich das schon alles ein bisschen noch verändert. Aber für das damalige Verhältnis war das mit der Annonce schon ein neuer Weg. Es war ja auch jetzt, wie gesagt, nur so ein Ding. Wer sich dafür interessiert, kann da und da hinschreiben. Das war alles. Stand jetzt keine großen Texte da noch drunter. Ja, aber man ging schon aktiv auf die Leute zu, wenn man da in der Zeit annonciert. Interessant. Denn ja, wie du schon sagst, heutzutage kannst du dich im Internet informieren, völlig klar. Und dann hast du ein Kontaktformular. Das gibt es ja überall. Aber es ist jetzt doch nicht so aktiv wie eine Annonce. Interessant, auf jeden Fall. Und es war auf jeden Fall sehr geheimnisvoll, deine erste Begegnung mit dem Freimaurer und mit der Rose. Jetzt bin ich aber immer noch nicht so richtig dahinter gestiegen. War es denn wirklich nur reine Neugier, Interesse? Oder hat dich irgendwas angetrieben, da hinzugehen? Irgendwie ein stiller Wunsch etc. Ich verstehe deine Frage, ja. Also ganz ehrlich geantwortet ist es so, ich glaube, das ist aber jetzt meine spirituelle Einstellung schon immer gewesen, seit ich 12, 13 Jahre alt war und man anfängt so über die Welt nachzudenken, wie sie so ist und so. Also ich glaube nicht, dass es Zufälle gibt. Also ich glaube, dass alles, was uns im Leben geschieht, wirklich einen Sinn hat, Fügungen sind. Man kann schon das Wort Zufall benutzen, aber dann so im Sinne, dass es dir zufällt, ja, bewusst sozusagen vom Schicksal dir was zufallen, das Schicksal dir irgendwas zufallen lässt. Ich benutze lieber das Wort Fügung. Ja, und so würde ich dieses Erlebnis auch einordnen, weil, wie ich vorhin schon sagte, ich hatte kein großartiges Vorwissen. Also ich hatte jetzt nicht schon 30 Bücher gelesen über Freimaurerei und musste unbedingt dabei sein. Also es war alles völlig diffus. Ich wusste, es ist so ein eigenartiger Geheimbund, aber wiederum auch nicht sowas wie die Mafia, die nun wirklich kriminell im Untergrund arbeitet, sondern irgendwie mehr zum Edlen und Guten hingewendet, aber trotzdem irgendwie geheim, diskret. Andererseits haben sie ja annonciert, also die Cosa Nostra wird wahrscheinlich keine Anzeige schalten, um da Mitglied zu sein. Naja, also es war irgendwie alles ein bisschen eigenartig und irgendwie hat mich das, es kam über mich. Man hat gesagt, du musst da jetzt einen Brief hinschreiben. So war das. Ich saß da in der Küche und dachte, jetzt nimmst du ein Blatt Papier, einen Stift und schreibst auf diese Annonce. Jetzt bist du ihm begegnet, dem ersten Freimaurer in deinem Leben. Ja. Wie ging es denn weiter? Du hattest ja wahrscheinlich überhaupt keine Ahnung, wie diese Initiationsritus, sag ich jetzt einfach mal, wieder stattfindet. Du wusstest ja wahrscheinlich von gar nichts, oder? Nee, ich wusste von nichts eigentlich. Also nicht nur eigentlich, ich wusste von nichts. Ja, wie ging es weiter? Wir sind in das Logenhaus gefahren, also diese Loge, von der ich jetzt rede, in der ich dann auch später tatsächlich aufgenommen wurde. Ich bin also in Hannover noch initiiert worden, weil die Leipziger Loge ja noch gar nicht wieder aufgebaut war. Also wir sind in das Logenhaus gefahren. Es gibt mehrere Logenhäuser in Hannover. Ein großes und dann gibt es so ein kleineres, das musst du dir vorstellen, wie ein etwas größeres Einfamilienhaus. Also ein Villa wäre da schon wieder übertrieben zu sagen. Das ist ja wie ein Einfamilienhaus, nur ein bisschen größer, auch in so einer Siedlung, wo so andere Häuser stehen und so. Und das ist deren Logenhaus. In diesem Logenhaus warteten dann schon so 30, 40 Freimaurer dieser Loge. Ich muss dazu sagen, diese Loge, Friedrich zum Weißen Pferd hat beidesmäßig viele Mitglieder, sind über 100, ich glaube 120 Mitglieder haben die. Nicht jede Loge ist so groß, muss man auch sagen. Es gibt auch Logen, die bloß 15 Mitglieder haben oder sowas. Also die Loge hat doch eine Menge Mitglieder und die waren dann so 30 oder 40 von denen auch da. Und dann kamen ja natürlich noch diese 30 Leipziger dazu, die in dem Zug waren. Ja, und da hatten die ein bisschen was vorbereitet. Die haben ja so eine Art Clubraum unten, wo eine lange Tafel ist, wo man sitzen kann. Und dann gab es eine ganz einfache Suppe, sage ich jetzt mal, ein einfaches Essen. Also jetzt nicht irgendwie ein Riesending oder Kaffee. Durch Kaffee konnte man trinken oder vielleicht auch ein Stück Kuchen essen. Das war ja mittagsrum, als wir da angekommen sind. Ich glaube so 12 Uhr oder wann muss das gewesen sein. So, und dann haben wir uns alle da hingesetzt und dann hat der Meister vom Stuhl, so heißt der Vorsitzende einer Loge, das war damals ein pensionierter Studienrat. Also auch so richtig diese alte Schule, so ein Typ eben, der auch so respektvoll mit Bart. Und der hat dann gesagt, so, begrüße alle Leipziger, die hier uns geantwortet haben. Und dann hat er eben einfach erstmal ein bisschen allgemein, was erzählt über Freimaurerei. Was das überhaupt ist und so. Und da ist dann das nächste Ding passiert. Das fand ich eigentlich ganz witzig. Dann kam dann die nächste Schote gleich wieder. Wir haben uns da noch den Tempel angeschaut. Die haben also uns wirklich auch diese Tempelräume gezeigt in ihrem Haus. Der Tempel war jetzt nicht eingerichtet wie beim Ritual, aber man konnte zumindest in den Raum rein. Und ich weiß nicht, so ein Freimaurer-Tempel ist ja auch nach Himmelsrichtungen ausgerichtet. Ja, also du hast dann im Osten sitzt sozusagen der Meister im Stuhl oder irgendwelche honorigen Gäste. Und im Westen sitzen die Aufseher und im Norden und im Süden sitzen die teilnehmenden Brüder. Genau, und dann haben wir uns diesen Tempel angeschaut. Und dann waren wir wieder unten und man konnte Fragen stellen irgendwie. Und er hatte irgendwie in seinem Vortrag sowas gesagt. Ja, bei diesem Ritual, da gibt es natürlich auch eine bestimmte Ordnung. Da kann nicht einfach jeder alles durcheinander machen. Muss ich da an bestimmte Regeln halten. Und es kann auch nicht jeder durcheinander sprechen. Und dann hatte der irgendeine Formulierung vorhin gesagt, also die Brüder im Osten oder die Brüder aus dem Osten, die dürfen aber jederzeit sprechen. Und damit meinte der aber, dass der Meister vom Stuhl oder der Großmeister oder wer da vorne im Osten sitzt, dass die natürlich so ein Sonderrecht haben, die jederzeit mal das Wort erheben dürfen. Und ich habe dann wirklich völlig naiv mich gemeldet und gesagt, finde ich ja toll, wie das ja alles läuft. Und wieso werden wir Ossis aber privilegiert, dass wir jederzeit reden dürfen im Tempel? Weil er gesagt hat, die Brüder aus dem Osten dürfen immer reden. Wenn ich dann frage, warum darf ich dann im Ritual jederzeit reden? Da haben die natürlich alle abgefeiert. Also um deine Fragen nochmal zu beantworten, die haben uns die Räume gezeigt, die haben ganz viele Fragen beantwortet, die waren ganz offen und ganz lieb und wirklich ein herzliches Treffen war das, eine herzliche Begegnung. Und das war für mich das eigentliche Ausschlaggebende, die Art und Weise, wie die miteinander umgegangen sind. Und das hat mich zutiefst beeindruckt. Gar nicht so sehr diese rituellen Geschichten, die ich ja ohnehin nicht kannte, also wo ich jetzt sozusagen nur eine Ahnung ein bisschen davon bekam, was da vielleicht sein könnte. Aber dieses rein Menschliche, wie die miteinander umgegangen sind in der Loge, das war Wahnsinn. Da gab es einen Bruder, der war blind. Der war wirklich richtig blind, hatte so eine Sonnenbrille auf, mit drei Punkten so eine Armbinde und so einen Stock. Und der hieß Heinz und war ein ganz wunderbarer Typ, auch ewig und drei Tage schon Freimaurer, hatte ein wahnsinniges Wissen über die Freimaurerei auch. Der hat dann später bei uns auch diese Lehrunterweisungen durchgeführt und so weiter. Du kriegst ja vieles dann vermittelt, wenn du Freimaurer bist. Also der stand dort jedenfalls da und der war nie allein, verstehst du? Da war immer jemand an seinem Arm, hat gesagt, Heinz, möchtest du noch einen Kaffee trinken? Musst du mal auf Toilette? Willst du in den anderen Raum? Damals wurde ja noch geraucht überall. Willst du mal eine rauchen gehen? Oder was auch immer. Und der war so ein ganz lustiger Typ auch. Der hat dann immer so Witze gemacht über seine eigene Behinderung. Da sehe ich jetzt aber nicht durch. Oder irgendwie solche Sprüche hat er dann immer geklopft. Herrlich. Einfach herrlich. Du hattest das Gefühl, du kommst wirklich wie in eine Familie. Du gehörst dazu. Und das war für mich der entscheidende Grund, wirklich diesen Aufnahmeantrag zu stellen. Weil da so tolle Leute dort waren in Hannover. Interessant. Wie schwer oder einfach ist es denn, sich den Freimaurern anzuschließen heutzutage? Oder lass mich die Frage anders formulieren vielleicht. Wer wird denn nicht genommen bei den Freimaurern, wenn er sich dort bewirbt? Wer bei drei nicht auf dem Baum ist. Nein, das war eine böse Antwort. Also das ist auch wieder eine sehr diffizile Sache. Ich fange mal so rum an. Logen sind sehr verschieden. Also es gibt schon mal in Deutschland mehrere Großlogen. Also als Hauptorganisation. Da gibt es also die größte, heißt AF und AM, alte, freie und angenommene Maucher von Deutschland. Die hat mit ihren Tochterlogen ungefähr 9.500 Mitglieder gefühlt. Das ist die größte. Dann gibt es den Freimaurer Orden, also die große Landesloge, die haben ungefähr 4.000 Mitglieder. Es gibt die Großloge zu den drei Weltkugeln. Die haben, keine Ahnung, um die 1.000 Mitglieder vielleicht oder so. Ich weiß es jetzt. Ich habe die Zahlen jetzt nicht parat. Dann gibt es noch British Masons in Germany. Das ist noch aus der Zeit nach 1945. Gibt es auch noch eine britische Großloge. Die haben ganz wenig Mitglieder. Und dann gibt es auch noch American Canadian, ACGL abgekürzt. Die haben auch so um die 1.000 Mitglieder vielleicht die waren ja eigentlich, da waren eigentlich die Soldaten drin. Also nach 1945 waren die Amerikaner und Kanadier in diesen Logen. Das waren eigentlich so Soldatenlogen, kann ich sagen. Ist aber dann irgendwie übrig geblieben noch bis heute. So und diese fünf Männer, das sind alles Männergroßlogen, die sind nochmal unter einem Dach vereint. Das heißt Vereinigte Großlogen von Deutschland. So die haben alle ihre Tochterlogen, bearbeiten auch unterschiedliche Rituale. Also es gibt auch nicht nur ein Freimaureritual, sondern es gibt viele verschiedene. Die handhaben das auch verschieden, muss man sagen. Es gibt also, jede Loge hat wie so einen eigenen Spirit. Jede Loge hat so einen eigenen Charakter. Einmal von der Seite betrachtet, zu welcher Großloge es gehört, also welche Rituale die bearbeiten. Aber auch von der Seite betrachtet, wer ist dort schon Mitglied. Das ist ja wie bei jeder Gemeinschaft. Es muss ja zusammenpassen irgendwie. Und wie wird man jetzt Mitglied? Also indem man erst mal Kontakt aufnimmt, das ist das Erste. Oder man wird irgendwie mitgenommen oder man sucht selber den Kontakt. Da wird man eingeladen, vielleicht zum Gästeabend. Also Loge führen in der Regel Gästeabende durch. Dort kann man dann persönlich vorstellig werden. Dann hört man sich da einen Vortrag an, kommt ins Gespräch über diesen Vortrag vielleicht und dann geht man eine Weile zu diesen Gästeabenden. Also es ist eine relativ lange Vorlaufzeit, wo man, also zumindest kenne ich so von den Logen, wo ich Mitglied war. Das heißt, die Loge will schauen, wer ist das? Und die Person, der Suchende, so ist der Begriff, der Suchende soll ja auch die Logenbrüder kennenlernen. Das läuft über Gästeabende. Und dann wäre der nächste Schritt, dass du einen Bürgen brauchst. Ich hatte zwei Bürgen, also es geht auch, aber einen brauchst du auf jeden Fall. Das heißt, es muss jemand aus der Loge sein, der für dich jetzt bürgt und sagt, ich nehme den an die Hand. Ich bürge dafür, dass der ein ordentlicher Typ ist und keinen Scheiß baut. Das geht sogar auf dem Papier zumindest soweit, wenn du jetzt, also wenn ich dich jetzt in eine Loge einführen würde, wenn ich dein Bürger wäre und du würdest dann dort aufgenommen werden, du würdest nach einem halben Jahr sagen, geht mir alles auf den Sack, ich trete hier wieder aus. Das ist ja möglich, das ist ja kein Problem, du kannst ja wieder austreten. Dann müsste ich wahrscheinlich sogar zwei Jahresbeiträge für dich mitbezahlen. Also soweit geht diese Bürgschaft. Es wird nicht immer umgesetzt, aber könnte das beinhalten. Also du hast deinen Bürgen und du hast diese stufenweise Annäherung an die Loge, so muss man es vielleicht nennen. Also erst gibt es Gästeabende, dann gibt es auch so etwas wie kleinere Gästeabende, so haben wir das immer gemacht, damit dann wirklich nur die Leute eingeladen, die wirklich ein echtes Interesse daran hatten, auch Mitglied in der Loge zu werden, weil es kommen ja auch Gäste, die kommen, weil sie den Vortrag gern hören wollen. Das sind ja auch nicht immer nur freimaurische Vorträge. Da werden auch mal Naturwissenschaftler eingeladen oder irgendwelche Professoren von der Uni oder was auch immer. Also es hat ja auch viel mit Weiterbildung zu tun und so und da gibt es natürlich Gäste, die sagen, das interessiert mich, dass jetzt Professor sowieso über das und das Thema redet und das heißt aber nicht, dass ich sofort Mitglied in der Loge werden will. Ja, deswegen haben wir dann immer diese kleineren Gästeabende noch gemacht, wo dann die Leute, die wirklich Interesse hatten, daran eingeladen wurden. Dann gibt es diese Thematik mit den Bürgen, was ich jetzt schon gerade erklärt habe und dann, wenn dann der Punkt da ist, wo du wirklich sagst, also jetzt bin ich soweit, ich würde jetzt gerne diesen Aufnahmeantrag stellen, dann wird der in den Beamtenrat der Loge eingebracht. Also das macht ja meistens der Bürger dann. Der Bürger sagt, mein Mündel oder der Typ, für den ich bürgen werde, der will jetzt Mitglied werden. Dann wird das im Beamtenrat diskutiert, dann gibt es eine Besprechung in der Loge, wie die dazu stehen, die Brüder. Also das heißt, es könnte ja auch sein, man kennt, jemand kennt den, irgendwie, und es gab früher Probleme und man will also auch nicht, dass da irgendwie so gleich irgendwie Streit reingetragen wird irgendwie in die Loge. Und dann gibt es noch eine rituelle Abstimmung und das wird mit schwarzen und weißen Kugeln gemacht. Das ist eine geheime Abstimmung innerhalb eines Rituals. Es gibt so eine Balotagebox, wo Kugeln drin sind und dann kriegt jeder eine schwarze und eine weiße Kugel. Manchmal ist es auch ein Würfel, also eine weiße Kugel und ein schwarzer Würfel oder sowas und dann geht der Schatz, nicht der Schatzmeister, der Zeremonienmeister, der Loge, geht in dem Ritual mit dieser Box durch die Reihen und man wirft dort seine Stimme rein. Und da wird geguckt und wenn es mehr als drei schwarze Kugeln sind oder drei schwarze Stimmen, ist die Person zurückgestaltet. Und wenn es mehr als ein Drittel ist, ist die für immer abgewiesen. Also das heißt, wenn dort was schiefläuft, bei dieser Abstimmung kann das dazu führen, dass du definitiv nicht mehr reinkommst in die Loge. Passiert aber relativ selten, muss man auch sagen, weil man ja schon im Vorfeld so viel abklopft an der ganzen Geschichte. Also wenn da jemand ist, der irgendwie ein Arschloch ist oder wo die alle sich in der Loge einig sind, den wollen wir hier nicht haben, da kommt es gar nicht erst dazu, dass der dort einen Aufnahmeantrag stellt, weil man ihm das einfach sagt. Wenn man sagt, versuch es gar nicht erst, es passt nicht. Im Übrigen auch in seinem Sinne auch, weil wenn der nämlich einmal richtig abgelehnt ist, dürfte der auch in keine andere Loge mehr rein. Wenn ich aber sage, pass auf, bei uns passt das nicht. Du bist eigentlich ein feiner Kerl, aber irgendwie stimmt die Chemie hier nicht. Oder in unserer Loge gibt es Brüder, die kennen dich von früher und ihr hattet doch mal Zoff und der hat mit deiner Frau geschlafen oder irgend so ein Scheiß. Es kann ja alles sowas sein, sowas Privates auch, egal was es ist. Es muss ja nicht immer die hoch angebundene Nummer sein. Du bist eigentlich ein guter Typ, du könntest auch ein guter Freimaurer sein, nur bei uns in der Loge passt das nicht. Deswegen stell bei uns gar nicht erst diesen Antrag, sondern guck doch mal, ob der in der Nachbarloge vielleicht besser reinpasst. Also es ist immer eine beidseitige Sache, das ist nicht nur einseitig, wenn sowas passiert. Sehr interessant. Für welche Werte stehen denn die Freimaurer? Also offiziell, das kannst du ja auf jeder Webseite nachlesen, geht es eigentlich um aufklärerische Werte. Also Humanität, individuelle Freiheit, Wahrheit, Gerechtigkeit, Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, wenn man das mal an diesem Slogan der französischen Revolution festmachen wollte. Ja, das ist so ungefähr das Wertegerüst. Ich muss auch sagen, es wird auch versucht, es wird versucht, dass das auch so gelebt wird. Das ist nicht bloß Blabla, sondern ich kenne wirklich die überwiegende Mehrzahl der Brüder, es gibt immer Ausnahmen, schwarze Schafe, ist klar, aber die überwiegende Mehrzahl der Leute versucht wirklich, dieses Wertegerüst auch zu leben, was natürlich trotzdem wieder Probleme mit sich bringen kann. Da können wir ja dann vielleicht noch ein bisschen detaillierter drüber reden, welche Probleme es in der Freimaurerei auch gibt. Aber um erstmal die Frage so zu beantworten, das sind eigentlich so die Grundwerte. Ja, über die Probleme sprechen wir vielleicht nachher auch noch ein bisschen, hast du recht. Du sagst aber, offiziell steht die Freimaurerei für diese Dinge. Und inoffiziell? Ja, ich habe gesagt, das kannst du auf jeder Webseite so nachlesen, also allen offiziellen Webseiten so nachlesen, von Wikipedia angefangen über jede Großlogen-Webseite und so weiter. Ja, wofür sollte sie denn, jetzt muss ich mal böse gegenfragen, worauf willst du hinaus? Was glaubst du denn, wofür die Freimaurerei sonst noch stehen würde? Wird die WHO oder irgendwelche geheime Weltordnung und 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 willst du auf sowas hinaus oder? Ich wollte nur eine Überleitung machen. Du wolltest mich provozieren. Nein, also ich will mal darauf antworten. Also ganz wichtig ist, dass man sich mal vor Augen führt, es gibt nicht die Freimaurerei. Es gibt viele Freimaurereiennen auf der Welt. Rein organisatorisch hatte ich ja eben schon ein bisschen was erzählt, in Deutschland alleine schon mal fünf Großloschen und da habe ich noch gar nicht von den Frauenlogen und Gemischtenlogen geredet, die es ja auch noch gibt. Also ich habe jetzt bloß von diesen fünf Männerlogen da geredet. Dann ist es wieder von Land zu Land verschieden. Also die Freimaurerei in England ist anders aufgestellt als in Frankreich zum Beispiel. Da gibt es auch teilweise Diskrepanzen insofern, dass die sich nicht anerkennen. Also es gibt auch, wo die sagen, die anderen sind die Irregulären. Die sind von uns nicht anerkannt als Freimaurer. Mit denen haben wir keine Beziehungen und sowas. Also das ist eine ganz vielschichtige Angelegenheit. Deswegen kann man auch nicht sagen, die Freimaurerei steht für das und das. Diese Werte, diese Wertegerüste, von denen ich jetzt geredet habe, die sind schon so eine Art gemeinsame Basis im Sinne der Wurzeln in der Zeit der Aufklärung, wenn du so willst. Die Freimaurerei, wie wir sie ja heute kennen, ist ja ein Kind der Aufklärung und demzufolge irgendwie auch mit diesem Wertegerüst verbunden. Trotzdem ist beispielsweise der Weg der französischen oder der Großteil der französischen Freimaurerei ein sehr politischer Weg immer gewesen, bis heute. Während die englische Freimaurerei sich eher traditionell ans Königshaus gebunden sieht, während die US-amerikanische Freimaurerei eigentlich wie eine große Charity-Organisation ist, die also irgendwie Geld sammeln, um Kinderkrankenhäuser zu unterhalten oder Obdachlosen irgendwas Gutes zu tun. Und die deutsche Freimaurerei, ja was ist die? Das ist eine spießbürgerliche Veranstaltung geworden, die auch, wenn es so weitergeht, kaputt gehen wird, sage ich, bin ich ganz fest davon überzeugt, dass hier ganz falsche Wege gegangen sind. Es ist nämlich gar nichts davon. Es ist weder politisch engagiert, noch ist es traditionsbewahrend, wie es die Engländer machen, noch ist es Charity-mäßig ausgerichtet, sondern es ist einfach von allem ein bisschen und damit gar nichts. Und außerdem stolpert man auch da und über seine eigenen Füße, was Öffentlichkeitsarbeit betrifft und ähnliches, bis hin auch zu der Frage, wer dort aufgenommen wird und wer nicht. Also es ist wirklich in vielen Losen so, da werden Leute, die bei drei nicht auf dem Baum sind, sagen, Hauptsache wir haben ein Mitglied mehr, damit der noch Beitrag mit bezahlt, sonst können wir unser Haus hier nicht mehr bezahlen oder irgendwie so. Also das gibt es alles. Ich sage nicht, dass es in jeder Loge so ist. Es gibt auch sehr gute Logen, die gut funktionieren, aber diese Missstände sind in vielen Logen vorbereitet und der Fisch stinkt vom Kopf. Also ganz klar, es kommt immer durch falsche Großlogenpolitik, sowas. Ja, definitiv. Und jetzt hast du schon ein bisschen vorweggenommen, ich wollte vorhin auch ein bisschen so überleiten dahin, dass es ja natürlich wie bei vielen Geheimbünden, in Anführungszeichen Geheimbünden ja immer auch Verschwörungsmythen gibt und viele Geschichten und Storys rund um die ganze Geschichte und auch bei den Freimaurern gibt es natürlich viele Verschwörungstheorien, zum Beispiel die, dass die Freimaurer in ganz hohen Positionen sitzen und auch ein bisschen so im Sinne der Freimaurerei die Geschicke der Menschheit lenken. Was ist da dran? Was ist da Mythos? Also ich, naja, also was soll ich sagen, also es ist ja nun nicht so, dass ich jetzt permanent in Kontakt stehe mit höchsten Politikern oder sonst wem, also ich bin ja auch noch ein ganz normaler Typ, aber es ist natürlich was dran, dass auch höher stehende Persönlichkeiten in Freimaurerlogen sind, keine Frage, also das ist historisch sowieso klar bewiesen und ist auch heute noch so, was ich, also dass es da Vernetzungen gibt, will ich auch nicht in Abrede stellen, ja, also ich sag mal, wenn in Brüssel, nehmen wir mal Europapolitik, eine Menge Freimaurer dort unterwegs sind als Abgeordnete verschiedener Länder oder was weiß ich, sich da treffen, dass die auch dort sich in der Loge treffen, ja mein Gott, dann ist das so, aber ob die wirklich die Geschicke der Welt lenken, also das wage ich mal jetzt zu bezweifeln, im Einzelnen schon durch ihr eigenes Wirken sozusagen, das ist klar, ja, also wenn ein Churchill, der ja Freimaurer war im Zweiten Weltkrieg, die und die Rolle gespielt hat, dann hat er als Freimaurer, wenn man so will, das Schicksal der Welt irgendwie mit bewegt, ist ja klar, ja, aber das ist nicht, das ist nicht die Agenda der Freimaurerei, das kann man so nicht sehen, zumal es, um da noch als Satz anzufügen, ja auch Freimaurer gibt, die völlig gegeneinander stehen, also so ein Klassiker wäre in Chile, Salvador Allende, der ermordete Präsident war Freimaurer, der war aktiver Freimaurer in der Großlösche, Redner sogar sowas, aber Pinochet war auch Freimaurer, so, und der eine hat den anderen ermordet, ja, oder weggeschossen, sage ich jetzt. Das ist richtig, das ist richtig. Natürlich, wie du schon sagst, wenn natürlich jemand in einer hohen Position ist und halt Freimaurer ist, dann ist er nicht in der Position, weil er Freimaurer ist, sondern er ist eben Freimaurer. Und das hat, was er da tut, hat vermutlich nichts damit zu tun, dass er eben Freimaurer ist, ganz einfach. Naja, es hat schon was damit insofern zu tun, weil ja ein gewisses Wertegerüst wahrscheinlich, es muss ja kompatibel sein, also wenn du jetzt, nehmen wir mal an, du oder unsere Zuschauer hier, kann sich ja jeder mal selber die Frage stellen, wie würde ich agieren, wenn ich jetzt der nächste amerikanische Präsident wäre, meinetwegen, oder der nächste Bundeskanzler oder sowas, ja, oder man kann die Frage ja noch weiterspinnen und sagen, was wäre, wenn ich allein Herrscher wäre, also Diktator oder König. Wie würde ich dieses Land gestalten? Nach welchen Werten würde ich dieses Land umgestalten? Was würde ich tun? Was würde ich verbieten? Was würde ich erlauben? Was würde ich fördern? Was würde ich verfolgen? Ja, und die Frage kann sich ja jeder stellen und natürlich ist das eigene Wertegerüst dann immer ein Teil der Antwort. Unterstelle ich jetzt mal. Es beißt sich doch ein bisschen, Diktator sein zu wollen und Freimaurer zu sein, oder? Naja, Diktator ist immer die negative Variante. Ich habe ja auch König gesagt, man könnte es jetzt sozusagen allein, ich habe ja gesagt, Alleinherrscher, um das ein bisschen neutral zu halten, aber ich glaube, auch das beißt sich nicht. Ich kann mir vorstellen, dass es auch Diktatoren gibt, die Freimaurer sind. Also, ich habe keine Ahnung, wer in afrikanischen Ländern oder so, wer da, die vielleicht eher diktatorisch regiert werden, ob da nicht der eine oder andere Freimaurer dabei ist. Keine Ahnung, kann sein, aber du hast insofern natürlich recht, dass es eigentlich, eigentlich sich beißen müsste. Es gibt aber Menschen, die können sowas super für sich vereinbaren. Ich sage mal ein Beispiel, Hjalmar Schacht, das war ja Hitlers oberster Banker. Hjalmar Schacht, steht übrigens alles bei Wikipedia, das ist jetzt kein Geheimwissen, was ich erzähle. Hjalmar Schacht war, kam aus einer Freimaurer-Dynastie. Sein Vater war Freimaurer, sein Großvater war Freimaurer, er selber war Freimaurer. Dann kam die Machtergreifung Adolf Hitlers. Hjalmar Schacht ist in dem System gut mit nach oben geschwommen. Ich habe sogar irgendwie mal gehört, es war ja bekannt, dass der Freimaurer war. Also ich meine, in der NS-Zeit gab es keine Freimaurer-Logen, die waren ja verboten, aber dem Schacht ist ja nichts passiert. Der wurde ja nicht irgendwie gedisst deswegen. Im Gegenteil, habe ich mal gelesen, dass Hitler den gerne auch mal meinen kleiner Freimaurer genannt hat. Also sie haben damit sogar noch rumgewitzelt. So, was ist passiert? 1945, die ganze Geschichte ist wieder vorbei, Krieg ist vorbei, alles liegt in Schutt und Asche, Nürnberger Prozesse, die meisten Leute tot, manche werden noch hingerichtet und so weiter. Wer wird nicht hingerichtet, ist ja immer Schacht. Gut, der hatte sich mit Hitler auch verschissen in den letzten zwei Jahren, haben sie ihm ja sogar seine Ämter weggenommen. Der war ja dann Minister ohne Aufgabenbereich und sowas. Also der war ja auch nicht mehr so gut gelitten in der NS-Riege. Das hat ihm dann im Nachgang vielleicht auch geholfen, dass er eben nicht irgendwie hingerichtet wurde, sondern davon gekommen ist in gewisser Weise. So, und was hat der gemacht? Der ist, kam, war der wieder draußen, aus der U-Haft oder wie auch immer, hat er sich sofort wieder eine Freimacher-Loge angeschlossen, die es ja dann wieder gab und gleichzeitig, der andere Verein, in dem er auch bis zu seinem Tode drinnen war, war so ein alter NS-Kameradschaftsbund. Also der war jetzt nicht irgendwie der gewendete plötzlich Demokrat oder sowas, gar nicht. Der hat das für sich Zeit seines Lebens total gut vereinbaren können. Nazi zu sein und Freimacher zu sein, so mal auf Deutsch gesagt. Also für den war das offenbar innerlich kein Problem. Für ihn war es innerlich kein Problem? Für mich klingt es sehr absurd, wenn ich ganz ehrlich bin. Ja, klar, von außen betrachtet sieht das absurd aus, aber da wir ja beide nicht die Gelegenheit haben, mit ihm jetzt zu reden und ihn zu fragen, warum er so tickt, wie er damals getickt hat, das ist eben nur reine Spekulation. Ich bin auch kein Historiker, es ist jetzt nicht so, dass ich nun alle Schriftstücke über Jalmer Schacht kenne. Ich habe das, ich habe mich mal ein bisschen belesen, ich habe mal von einem Freimacher-Bruder da, da hatte da mal was zusammengestellt über den Schacht, ja, das war als Vortrag in der Loge eigentlich gedacht und so und das sind so, da kommen meine Kenntnisse. Wenn du einer Ideologie hinterherläufst und von ihr sehr überzeugt bist, die verinnerlicht hast und die auch lebst, dann denke ich, wenn du ein Mensch bist, der so tickt, dass er sich das, auch wenn sie sich blöd anhört, gut vereinbaren lässt, denn du glaubst für dich selbst, das, was du tust, ist richtig. Deswegen kannst du auch im Namen der Kirche töten. Ja, genau. Ganz genau, ganz genau, ganz genau. Sehe ich auch so. Trotzdem in den Himmel. Ja, ich meine, nimm doch auch die heutige Politik, ja. Also wir müssen das jetzt nicht hier, das würde dann vielleicht abgleiten in ein anderes Thema, aber ich will es mal kurz ansprechen. Nimm doch mal einfach diese Thematik mit dem Ukraine-Krieg. Es gibt Befürworter und es gibt Gegner. Es gibt Leute, die sagen, wir müssen die Ukraine unterstützen, Waffen liefern und so weiter und es gibt Leute, die sagen, nein, das ist der falsche Weg. Wir dürfen die nicht unterstützen. Und jetzt guck dir mal die Argumente von beiden Seiten an. Also beide haben ja eigentlich denselben Anspruch. Die sagen, wir wollen ja das Gute, wir wollen ja den Krieg beenden. Ja, also es ist ja keiner dabei, der sagt, wir unterstützen die, damit es immer mehr Tote gibt und noch mehr Elit und noch mehr Elit. Das Argument ist ja immer, wir müssen die unterstützen, damit die sich durchsetzen und damit sie dann wieder ihr Land haben und dass sie wieder frei sind und so weiter und so fort. Andere sagen, ja, aber jede gelieferte Waffe bringt ja Tote mit sich und wir sind doch eigentlich Pazifisten und als Pazifist kann ich nicht sagen, es gibt gute und schlechte Kriege oder sowas. Ja, und schon bist du eigentlich in der Diskussion des Wertegerüstes drin, wo du sagst, was ist denn jetzt ethisch-moralisch vertretbar, welcher Weg ist denn der bessere? Es ist ein weiteres spannendes Thema, auf das wir heute nicht eingehen wollen, aber können wir gerne einander mal sehr intensiv drüber reden, was ist eigentlich gut und böse? Gibt es überhaupt gut und böse genau bei solchen Beispielen, wie du es eben genannt hast? Wer ist da im Recht und wer ist im Unrecht? Wie gesagt, was tut und was ist schlecht? Und es gibt natürlich noch andere Aspekte, wie man sagt, man könnte es natürlich auch rein finanziell sehen und wir wissen, alle Kriege werden auch wegen Geld geführt oder grundsätzlich wegen Geld geführt. Ja, also wenn ich sage, mein Ziel ist es, so viel wie möglich zu verdienen an einem Krieg, dann ist ja auch klar, wie ich dann agiere. Absolut. Absolut. Zurück zur Freimaurerei. Ich denke, die Freimaurerei lässt sich zurückverfolgen, ich glaube, bis 1599, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und mir ist natürlich bewusst, dass wenn man aus den Anfängen der Freimaurerei ein bisschen was erfahren möchte, dann ist man angewiesen auf Überlieferungen, mündlich, schriftlich, wie auch immer. Aber was denkst du, inwiefern hat sich die Freimaurerei im Gegensatz zu den Anfängen verändert? Wohin hat sich die Freimaurerei entwickelt und hat sie sich überhaupt großartig verändert? Wie hat sie sich verändert? Also, ja, okay, auch wieder eine ziemlich umfassende Frage. Also, die Anfänge der Freimaurerei, wo man die jetzt wirklich verorten will, das ist ein bisschen umstritten. Es gibt ja einmal dieses Datum 1717. England, London, vier Logen schließen sich zusammen, bilden die erste Großloge, damals Großloge von London genannt noch, dann später Großloge von England. Und das wird immer so ein bisschen als der Tag gefeiert, der Beginn der modernen Freimaurerei im Sinne, wie sie heute ist. Und organisierten vermutlich auch. Naja, also, wie gesagt, es können sich ja nur vier Logen zusammenschließen, wenn die schon da sind. Also, sonst hätten die sich ja nicht zu einer Großloge zusammenschließen können. Das heißt, es ist auch vollkommen klar, dass die Geschichte der Freimaurerei wesentlich länger und älter ist. Und da sage ich auch gleich noch was dazu. Aber ich wollte, wenn wir auf diesen Tag zu sprechen kommen, diesen Johannistag, das ist ja in der Sommersonnenwende gewesen, 1717, wo die diese erste Großloge gegründet haben. Und diese Großloge hat dann praktisch Patente vergeben, um andere Großlogen zu gründen in anderen Ländern und so hat sich das irgendwie verbreitet. Und ich sage, dieser Tag ist der gruseligste, dunkelste und schlimmste Tag in der Geschichte der Freimaurerei überhaupt. Weil ab hier eigentlich genau die Weiche gestellt wird, dass die Freimaurerei kommerzionalisiert wird. Es wurde angefangen, man hat angefangen mit diesen Patenten auch zu handeln, da wurde Geld damit verdient, es wurde angefangen damit Machtstrukturen zu manifestieren. Wenn ich eine Großloge von England habe, kann ich ja sagen, wir bestimmen, wer regulär ist und wer nicht, wer zu uns gehört. Wenn man sagt, wer nicht zu unserem Bund gehört, ist irregulär. sowas, alles das bringt ja dieser Zusammenschluss mit sich. Ich weiß, dass jetzt ganz viele Freimaurer, wenn die hier zuhören, sagen, jetzt kommt sein Hass durch auf die Großlogen und ich gestehe auch ein, ich habe einen Hass, insbesondere auf die Großloge, der ich über 30 Jahre angehört habe oder meine Loge angehört habe, weil die sich einfach wie komplette Arschlöcher benommen haben, in meinem Fall. Aber das heißt nicht, dass ich nicht auch neutral Dinge analysieren kann und ich persönlich bin der Meinung, die Freimaurerei, wie sie vor diesem Datum war, nämlich einzelne autarke Logen in Schottland, wenn du nach Schottland fährst, die lachen über die Engländer, die holen dir Dinge raus, die sind von 1100 noch irgendwas, können die Geschichte ihrer Loge zurückverfolgen. Also das ist noch länger als 1500 irgendwie. Die ersten Hüttenordnungen sind glaube ich aus dem 11. oder 12. Jahrhundert irgendwo her überliefert. Und das haben die teilweise in ihren Archiven sogar noch. Diese Verbindung oder Vernetzung unabhängiger Logen, das wäre eigentlich der richtige Weg gewesen. Und nicht dieses Gründen von Dachorganisationen, was am Ende dazu führt, dass im Prinzip ähnlich wie bei einer Partei oder in einem Staat, die oben irgendwas machen, was die unten gar nicht mehr wollen, denen wird dann noch was übergeholfen und so weiter. Also das ist jetzt mal verkürzt meine Antwort. Und da müssen wir es nochmal von der inhaltlichen Seite sehen. Das ist auch nochmal ein sehr spannendes Thema. Also eine Linie, eine Entstehungslinie der Freimaurer Logen sind ja die Bauhütten. Das heißt, das ist unstrittig, weil diese Symbolik stammt ja aus diesen ganzen Handwerksgilden, also speziell aus diesen Maurergilden, wobei man eigentlich eher Steinmetz sagen müsste, sind ja nicht jetzt nur normale, die eine Mauer hochziehen, sondern eher so Künstler, Architekten, wie auch immer. Da ist ja die Symbolik übernommen worden und auch vieles, was in den Ritualen ist, ähnelt noch sehr diesen Handwerksgilden, Ritualen. Aber es geht eben nur noch um Allegorien, es geht nicht mehr wirklich um das reine Handwerk. Also in der Loge lernst du ja nicht, wie man eine Steinfigur bemeißelt, sondern es geht ja um andere Dinge, also alles übertragene Symbolik. Und wo ist jetzt, die Frage ist jetzt, wo ist dieser Übergang? Warum gibt es den überhaupt? Und wieso findet der statt? Und da wäre meine Antwort, es geht eben nicht um dieses rein Materielle, sondern es geht um etwas esoterisch Spirituelles Okkultes. Das wäre meine Antwort, weil natürlich diese Rituale kannst du einerseits so sehen und andererseits so. Du kannst sagen, es ist eine Handlungsanweisung für ein ethisch-philosophisches Werdegerüst, also lebe so und so, sei gerecht, also setze dich für Gerechtigkeit ein, setze dich für Meinungsfreiheit ein, hilf deinen Brüdern, wehre dem Unrecht, wo es sich zeigt, ist so ein berühmter Zitat aus einem der Rituale und sowas. Ja, das wäre jetzt rein ethisches Wertesystem, aber ich glaube, nicht nur ich, auch andere Brüder glauben, dass es tatsächlich eigentlich um was ganz anderes geht, nämlich es geht um was Okkultes. Das sind jetzt auch teilweise die Beweggründe gewesen, warum du ausgestiegen bist. Ich bin nicht ausgestiegen, ich wurde ausgeschlossen, weil ich Videos gemacht habe, die mir als Geheimnisverrat ausgelegt wurden. Okay. Einerseits wurde ich von einer bestimmten Person verklagt auf Unterlassungen, andererseits gab es auch eine Klage von mir gegen die Großlosche, gegen diesen Ausschluss und da ist vieles passiert, das würde ich jetzt auch an der Stelle auch mal einfach weglassen, aber um deine Frage mal klar zu beantworten, ich bin deswegen nicht mehr Freimacher, nicht weil ich selber gegangen bin, sondern weil man nicht, nachdem ich wirklich verleumdet wurde und alles und sogar Freimacher intern Recht bekommen habe, also zwei Ehregerichtsverfahren, interne Ehregerichtsverfahren sind ja zu meinen Gunsten ausgegangen, da wurde mir ja Recht gegeben, wurde dann ein drittes Verfahren angestoßen, seitens eines Großlogenbeamten, nicht seitens meiner Loge, meine Loge wollte mich nie ausschließen, also die Loge hier in Leipzig nicht und die in Hannover auch nicht, also es ging von der Großloge aus oder von einer Person in der Großloge aus, sage ich jetzt mal so, hat dazu geführt, dass man mich wegen Geheimnisverrats ausgeschlossen hat, wobei ich da auf Missstände hingewiesen habe in den Videos und nicht Geheimnisse vom Ritual beraten habe, also es gibt tatsächlich, wenn du Freimacher wirst, legst du ja ein Eid ab, wo du sagst, ich werde bestimmte Dinge nicht verschwiegen bewahren, ja, und nicht nach außen tragen, das ist dann auch nochmal in so einer Großloge Ordnung, wörtlich fixiert, also dargelegt, was versteht man unter Verschwiegenheit und da steht ganz eindeutig überall drin, in den Eiden, genauso wie auch dort, es geht um diese Ritualinhalte, also Passworte, geheime Handgriffe, Zeichen, die Einrichtung des Tempels und so weiter, das ist das, was der Verschwiegenheit unterliegt, die Abläufe von Ritualen, aber nicht, wenn ich ein Video mache und sage, die Großloge deckt einen Betrüger seit mehreren Jahren, mal als Beispiel, das ist jetzt nochmal so als Illustration gesagt. Interessant, wie geht es dir damit, dass du ausgestiegen bist, du warst gerne Freimaurer? Ja, mit Leib und Seele, ja, ich würde auch sagen, ich bin heute noch Freimaurer innerlich, nur gleichzeitig, also wie es mir geht, ich habe natürlich unendlich gelitten, ich habe Tausende von Euro verloren, also wirklich, sind wir jetzt vielleicht schon bei 20.000 Euro, die die Bach runtergegangen sind, für Anwälte und sonst was alles, im Laufe der Zeit natürlich, mir hat das Herz geblutet, dass ich nicht mehr an meine Loge gehen darf, man hat mir ja verboten, da reinzugehen, man hat mich ja suspendiert erst mal, warum ticken die so, warum machen die das? Inzwischen bin ich an einem anderen Punkt, wo ich sage, da das ganze System verrottet ist und ich rede jetzt nicht von den Brüdern in den Logen, ja, ich rede auch nicht von der Idee der Freimaurerei an sich, die ist okay und die meisten Freimaurer sind auch okay und überhaupt keine Frage, aber dieses Großlogensystem, wie es jetzt dasteht, wie es mit seiner jetzigen Rechtsordnung und seinen jetzigen Schmierlappen, Heuchlervertretern, die sich Großmeister und Zugeordneter nennen und nicht die Eier haben, gegen Unrecht aufzutreten, wo es sich zeigt, wie sie es in ihren Ritualen ja immer verbreiten, mit denen will ich nichts mehr zu tun haben, das ist einfach Gesindel aus meiner Sicht, das ist, die sind nicht würdig, Freimaurer zu sein. Du kannst diese Werte natürlich auch leben, wenn du nicht mehr Mitglied der Freimaurer bist, du bist nicht der Einzige, mit dem ich spreche, der entweder ausgestiegen ist oder, sagen wir, rausgeworfen wurde, es ist immer wieder faszinierend, wie sehr es die Menschen trifft und das zeigt mir, wie merkwürdig das immer wieder für mich ist, wenn ich das höre, dass diese Werte, die eigentlich selbstverständlich sein sollten, dass man die so lebt, dass es trotzdem irgendwie anders ist, wenn man dieser Organisation angehört. Das ist natürlich korrekt. Natürlich kannst du, also was schwierig ist, ist klar, du kannst schlecht allein ein Freimaurer-Ritual durchführen, wo du mindestens neun Leute brauchst, die bestimmte Positionen in dem Ritual besetzen. Das ist, da müsste man sich ja duplizieren können. Also das ist alleine nun schlechterdings nicht möglich. Aber die Werte selber kannst du natürlich auch alleine leben. Naja, ich würde sagen, es ist wie bei all diesen Organisationen, egal ob das Bruderschaften sind, ob das Religionsgemeinschaften sind, und offenbar gibt es Menschen, die mehr oder mehr als andere das Bedürfnis nach so einer Gemeinschaft haben, Zugehörigkeit zu einer Gemeinschaft haben. Ich würde es für mich privat vielleicht sogar irgendwie auf so ein Vaterkomplex Ding zurückführen. Also ich bin Scheidungskind, ja, mein Vater ist weggegangen, als ich zwölf oder dreizehn Jahre war, da bin ich bei meiner Mutter aufgewachsen alleine. Die hat sich auch keinen neuen Mann mehr genommen, ich hatte dann keinen Ersatzvater oder sowas. Und interessanterweise, gerade von den älteren Brüdern, was ich vorhin erzählt hatte, da hatten ja auch viele ihren Vater im Krieg verloren zum Beispiel, die waren dann auch so eine vaterlose Generation, trifft natürlich wieder nicht auf jeden zu, aber irgend so was, irgend so einen Tick hat man da wahrscheinlich, dass man dann sagt, ja, deswegen finde ich es gerade geil, so einer Gemeinschaft anzubehören. Und dann tut es natürlich auch weh, wenn man dort wieder raus geht oder sogar im Bösen rausgeschmissen wird. Es ist irgendwie tragisch, dass du in so einer eng verknüpften oder so einem Geheimbund, sag ich mal, was gefunden hast, dass du irgendwie privat für dich nicht finden konntest hast und dich privat, weiß nicht, hast du privat dich in irgendwelchen Situationen in deinem Leben ähnlich wohl gefühlt wie dort oder ist es wirklich eine große Frage? Also, naja, jetzt würde ich aber so, ich würde so antworten, weil man hat ja nur mal nicht die Möglichkeit in einem Paralleluniversum auszuprobieren, wie wäre es denn anders gelaufen. Ja, also das ist eben das Problem. Ich würde, ich sage nicht, dass ich im privaten Bereich, ich meine, ich habe ja auch drei Kinder, ich hatte drei Beziehungen, die sind zwar nicht, die sind zwar, hatten keinen Bestand, jetzt bin ich Single, aber immerhin meine erste Beziehung, die ging 16 Jahre und da sind zwei Kinder entstanden, die heute schon erwachsen sind und dann in der zweiten Beziehung gab es noch ein drittes Kind, der ist jetzt 13, mein Sohn, den sehe ich auch regelmäßig und ich habe auch im Privatleben gehabt, ich habe Philosophie studiert, ich habe den Online-Shop aufgebaut, was du hinter mir siehst, das ist alles Ware hier aus meinem Shop, habe Sachen geschrieben und publiziert und sowas, also ich habe vieles gemacht, aber die Freimaurerei war schon ein sehr, sehr, sehr zentraler Punkt in meinem Leben, das ist richtig und der Shop hier hinten ist ja auch ein Freimaurer-Online-Shop, das ist ja nicht ein Shop für Kosmetik oder sowas, also im Prinzip hat es immer wieder doch was mit Freimaurerei zu tun gehabt, fand ich auch die ersten 25 Jahre fast völlig okay, weil da hat das ja alles harmonisiert, da war das ja alles eins, das passte alles zusammen, ich hatte meine Familie, ich bin am Mittwoch in die Loge gegangen, war mit vielen Brüdern befreundet, die Frauen sind da ja auch in die Loge mit integriert, wenn Feiertage sind, Weihnachten oder sonst was, dann wird das mit den Familienangehörigen gemacht, meine Kinder kennen die Loge von innen und außen, also das ist alles, das ist ja eigentlich alles eins, wenn es im positiven Sinne läuft, Blöde wird es dann, wenn der Bruch kommt, wo du dich dann fragst, muss ich mich jetzt entscheiden für eine Seite oder sowas. Wie wichtig sind oder waren die denn diese Rituale, von denen du gesprochen hast? Ja, sehr wichtig natürlich, die haben mir viel gegeben, also Freimaurerrituale sind wirklich großartige Bibliotheksrituale, so muss man das mal sagen, also es ist ja überliefertes Wissen, es ist angepasst natürlich, wie gesagt, es gibt verschiedene Lehrarten, manche Rituale sind jetzt nicht so überfliegermäßig, die sind trotzdem okay, die sind trotzdem gut, dem kann man was entnehmen, ja, dann gibt es aber auch tiefgreifende Rituale, das ist auch ein bisschen individuell, empfindungsmäßig verschieden, ja, der eine mag ja das Nüchterne mehr und der andere mag das Blumige mehr, es gibt also Rituale, da wird noch mit Degen und Dolchen und weiß ich was hantiert und in anderen Ritualen eben nicht, da ist das rausgestrichen worden, das ist sehr nüchtern, dann da, aber die Rituale haben alle was für sich und mir haben die auch unglaublich viel gegeben in meiner Entwicklung, auf jeden Fall, das würde ich heute in keinster Weise in Abrede stellen, es sind aber wie gesagt sogenannte Bibliotheksrituale, also ich beziehe mich jetzt mal auf einen Ausdruck von Ralf Tegtmeier, Frater Vaudet, ist ja ein bekannter Autor, der sehr, sehr viele Bücher über Magie und so geschrieben hat und mit dem habe ich ja ein paar Interviews gemacht auf meinem Kanal und der entscheidet sozusagen in Bibliotheksrituale und oder Bibliotheksmagie und freie Magie, also sowas wie Chaosmagie und so weiter, also wo du, jeder von uns kann ja Rituale durchführen, das ist ja jedem möglich, die Frage ist nur, was für eine Art von Ritual machst du? Gehst du allein in den Wald, machst für dich da dein Ding oder gehst du in eine Loge und machst das so, wie du das vor 200 Jahren auch schon gemacht hast, mit anderen zusammen? Wie wichtig Rituale sein können, das kann vielleicht jeder in sich selbst ein bisschen erkennen, wenn man ein bisschen so ist wie ich, wir sind, das ist natürlich nicht mit deinen Ritualen zu vergleichen, die du durchgeführt hast. Mir sind Rituale extrem wichtig und wenn meine Rituale in Anführungszeichen nicht richtig durchgeführt werden, dann versaut mir das den ganzen Tag. Ich habe mein Morgenritual, es klingt für viele jetzt vielleicht lustig, aber es ist im Prinzip dasselbe, die geben einem Halt, die bringen einen gut durch den Tag, diese Rituale und die machen auch psychologisch etwas mit einem. Ich habe eine bestimmte Art, morgens aufzustehen, mein Morgenritual, wie gesagt, welchen Schuh ziehe ich zuerst dann, wie binde ich meinen Schuh zu, welche Mütze setze ich auf, keine Ahnung, etc. pp. Wohin, in welche Richtung zeigt mein Henkel von der Kaffeetasse. Das sind alles so ein bisschen so kleine psychologische Störungen auch natürlich, bei mir zumindest, also wenn dann Sachen auch dann irgendwie schief liegen und dann, dass man die gerade rutschen muss, du weißt schon, was ich meine. Da gibt es ja dann auch Monk, der innere Monk ist das. Der innere Monk, aber es sind Rituale und egal ob die jetzt, lass mal dahingestellt sein, ob die positiv oder negativ sind jetzt. Die können das natürlich auch kaputt machen im Kopf. So war ja bei mir dann irgendwann mal der Fall, dass ich mir viele Sachen abgewöhnen musste, weil es mich wirklich zerstört hat, so psychisch, weil ich das machen musste. Zwangsstörungen, ich rede jetzt von Zwangsstörungen. Aber diese Rituale, wie gesagt, abgesehen davon, dass manche auch sehr schlecht sein können, fühlst du eins dieser Rituale, wie gesagt, falsch aus, versaut das dir den Tag. Dein Tag läuft nicht, wie du es geplant hast. Und deswegen gaben mir manche Rituale, auch wenn sie sich am Ende negativ auf mich ausgewirkt haben, auch Halt, durch den Tag zu kommen und dass mein Tag gut lief. Du hast dann im Kopf, Mensch, jetzt habe ich das und das früh nicht gemacht oder ich konnte das nicht machen, weil ich keine Zeit hatte oder irgendjemand hat mich früh von meinem Morgenritual abgelenkt. Die Frau wollte noch irgendwas von mir, bevor ich zur Tür raus bin. Jetzt habe ich vergessen, das und das zu machen oder das und das einzustecken in die Hosentasche. Ich habe manchmal Dinge in die Hosentasche gesteckt, die habe ich gar nicht gebraucht den Tag über. Das war für mich sowas wie ein Talisman. Ich wollte es einfach dabei haben, auch wenn ich es nicht benötigt habe, irgendwie, was weiß ich, ein altes Handy, das gar nicht mehr geht. Irgend so ein Schmuckstein, bla bla bla, irgendwas. Den ganzen Tag habe ich den in der Tasche vermisst und habe mir gedacht, deswegen passiert heute irgendwas Blödes oder irgendwas, passiert mir vielleicht ein kleines Unglück oder so ein Missgeschick. Irgendwie, keine Ahnung, beim Händewaschen rutscht der Ärmel vor, was weiß ich. Auf jeden Fall, das ist die Wichtigkeit der Rituale, meiner Meinung nach. Und dein Rituale natürlich für dich noch wichtiger als die, von denen ich jetzt gesprochen habe. Ist die Frage, wie weit fasst man jetzt den Begriff Ritual? Also du hast es sehr weit gefasst, so kleine Alltagsrituale, die auf jeden Fall wesentlich wichtiger sind und tragender sind, als die meisten Leute das annehmen. Also ich finde das gut. Dahinter steht ja auch ein bisschen das Bedürfnis nach einer Regelmäßigkeit, einer Ordnung. Ja, Freimauray spricht immer sowas wie Ordo ab K.O., ja, also das ist so ein Wahlspruch vom Schottischen Ritus zum Beispiel. Und das beginnt ja mit diesen kleinen Dingen. Oder nimm einfach mal diese, der Janosch, ja, der Janosch, also Jochanan Masora nennt er seinen Kanal, sehr guter Freund auch, der hat ja jetzt gerade so eine ganze Reihe gemacht, Lebensart und in jedem kleinen dieser Videos, die sind immer nur 15 Minuten lang oder 12 Minuten lang, meditiert er sozusagen über solche alltäglichen Kleinigkeiten, ja, die Art, sich anzuziehen, was, wie man Speise und Trank und Körperpflege und Beziehungen, wie man mit anderen Menschen umgeht und so. Und das geht genau alles in die Richtung, wie du es gerade auch beschrieben hast und insofern sehr empfehlenswerter Kanal im Übrigen an alle, die hier zuhören. Das gibt einem wirklich Kraft, das ist ganz wichtig, diese Rituale, diese Alltagsrituale. Was jetzt solche freimaurischen Rituale betrifft, ist das ja nochmal so eine andere Ebene, weil da geht es ja vor allen Dingen auch um die Gemeinschaft. Du bist dann dort in dieser Gemeinschaft drin. Du bist dann mit 20 oder 30 Brüdern in einem Tempel und man sitzt eng nebeneinander und dann passieren dort eigenartige Dinge. Also eigenartig nicht im Sinne von schlecht oder so, aber das ist schon, das nimmt einen schon mit, was dort ist. Gerade eine Initiation, also eine Neuaufnahme oder eine Erhebung, also eine Beförderung zum Gesellen oder eine Erhebung zum Meister. Diese Rituale haben ja auch eigene Kernthemen, die am menschlichen Dasein ja festgemacht sind. Also du kannst auch sagen, der erste Grad, der Lehrlingsgrad, das ist so die Kindheit und Jugend des Menschen, also die erste Drittel, der Gesellengrad ist der Grad, der sich mit der Gemeinschaft mit anderen Leuten beschäftigt, also der mittlere Teil des Lebens und der Meistergrad ist dann der, mit dem Tod und Ende sich beschäftigt. Ja, also das sind schon Rituale, die sind sehr ergreifend, auf jeden Fall. Die gehen ein bisschen über diese normalen Alltagsrituale hinaus, aber das heißt nicht, dass diese Alltagsrituale schlecht sind. Im Gegenteil. Die sind ganz wichtig. Natürlich, die sind wichtig. Können einem aber, wie gesagt, auch schaden. Und du hast natürlich völlig recht, das ist was ganz anderes, wenn man das im Sinne einer Gemeinschaft macht. Ich bin kein gläubiger Mensch. Ich bin kein gläubiger Mensch im Sinne des christlichen Glaubens, sag ich jetzt mal. Ich gehe nicht in die Kirche. Ich bin sowieso, und das denken ja viele so, du kannst jetzt natürlich auch ein gläubiger Mensch sein und brauchst die Kirche nicht dafür, irgendwie um an Gott zu glauben. Und das sag ich immer wieder, das muss man einfach immer wieder erwähnen. Es ist schlimm mit der Kirche. Auf jeden Fall war ich aber in meinem Leben schon einige Mal in der Kirche. Wenn jetzt irgendwie bei einem Bekannten, einem Freund irgendwas, eine Hochzeit, eine Taufe anstand und da wird natürlich aufgestanden, wird gebetet. Und da muss ich sagen, auch wenn ich kein gläubiger Mensch bin und ich für mich keinen Sinn darin sehe, in der Art zu beten, wie es in der Kirche getan wird, ist es trotzdem ein krasses Gefühl, wenn du in der Kirche stehst und alle Menschen stehen auf und sagen das Gleiche, beten das runter, wie es der Name schon sagt, beten diesen Spruch so runter und da entsteht eine Stimmung, entsteht ein krasser Vibe in dieser Kirche, der auch mir gefällt. Also mir bedeutet jetzt nicht, was da gesagt wird, aber mir bedeutet es schon was, wie es sich anfühlt, dass jetzt Leute, vielleicht 100 Leute oder 120 Leute das Gleiche tun und das finde ich schon ein krasses Gefühl. Darf ich was dazu sagen? Sehr gerne. Also ich bin auch kein Christ, auch kein Muslim, auch kein Jude, also als DDR-Kind sowieso eher religiös erzogen worden, hat aber nichts zu sagen, man kann ja selber in der Gemeinde beitreten und so ähnlich. Meine Meinung zum Christentum, weil du gerade jetzt vom Christentum sprichst, ist das, dass natürlich die Institution, Kirche das Ding genauso kaputt gemacht hat, wie das, was ich vorhin über Freimaurerei geredet habe. Das ist für mich eine Parallele. Also der Fisch stinkt vom Kopf, so einfach ist das. Das Christentum an sich, die Idee des Urchristentums, wenn man so will, mit Jesus Christus als Persönlichkeit und seinem Leben, da sehe ich erstmal noch gar kein Problem. Aber es geht doch schon damit los, dass diese Institution, Kirche, ganze Bereiche aus dem Leben von Jesus Christus ausklammert. Also wenn du jetzt die Bibel nimmst, so wie sie draußen verkauft wird, da wird er geboren und dann ist er auf einmal erwachsen. Was ist mit der Kindheit? Die ist nicht dabei. Die gibt es aber im Thomas-Evangelium. Das ist aber nicht mit in die Bibel eingeflossen. Was steht im Thomas-Evangelium drin über Jesus, dass er als Kind schon über magische Kräfte verfügt hat, dass er Vögel aus Lehm und Erde geknetet hat, die er dann belebt hat und die weggeflogen sind, dass er aber auch gleichzeitig ein anderes Kind, einen Jungen getötet hat, indem er ihn in ein verdorrtes Stück Holz verwandelt hat, weil der frech zu ihm war oder sowas in der Art. Ja, also da wird ein ganz anderes Bild gezeichnet von diesem Jesus, als wir das ja offiziell so reingebraten kriegen. Und für mich ist Jesus zum Beispiel ein großartiger Magier gewesen, weil ich glaube an sowas. Ich glaube, dass man diese Kräfte hat, sowas zu tun oder haben kann. Und das ist nochmal so eine andere Ebene zum Thema Ritual und Magie. Da geht es ja nochmal um Veränderungen per Bewusstsein oder per Willenskraft. In Telema würde man Willenskraft sagen, der Umwelt, der Dinge, die einen umgeben. Und ich denke, dass da auch das Christentum unglaublich viel Wissen hat, unglaublich viel Wahrheit auch dran ist an dem, was in der Bibel steht. Im Judentum natürlich genauso und Islam genauso. Nur, dass es missbraucht wird für materielle Ziele, die eindeutig wieder vom Kopf her, von der Organisation her kommen. Ja, also diese ganzen Missbrauchsfälle in der katholischen Kirche zum Beispiel, die dann vertuscht wurden, dieser unglaubliche Reichtum, den die ansammeln, wie reich diese katholische Kirche zum Beispiel ist, obwohl die Mitgliederzahlen schwinden und so weiter. Das ist nicht gesund. Das ist nicht gesund einfach, sage ich mal. Und ich glaube, ein Jesus Christus wollte das auch nicht. Aber man kann ihn ja schlecht fragen. Vielleicht kommt er ja wieder. Einige Leute glauben ja, er kommt wieder und dann räumt er auf. Und ich vermute mal, er wird zuerst im eigenen Haus aufräumen, genauso wie er es damals im Tempel auch schon gemacht hat, wo er reingegangen ist und den ganzen Tisch umgeworfen hat. Er wird vermutlich eine Revision durchführen und wird wie in der Firma auch die Unternehmensprozesse optimieren und dass die Mitarbeiter und die Mitglieder wieder neu motiviert werden und wieder daran glauben, dass alles so ist, wie man es ihnen verspricht. Ich kann mal hoffen, dass er das so macht wie Elon Musk, der dann bei Twitter auch erstmal alle rausgekantet hat, die hier oben Scheiße gebaut haben. Und so wird Jesus das auch machen. Vielleicht. Wenn er denn mal wiederkommt. Wenn er denn mal wiederkommt. Wenn er nicht Christ, weiß ich nicht, ob er wiederkommt, aber wenn er wiederkommt, vermute ich mal, wird er das tun. Werden es mitbekommen. Lass uns jetzt mal zum Ende kommen, Elon. Es war sehr, sehr interessant für mich. War sehr spannend für mich. Ich liebe solche Geschichten. Eine vielleicht noch abschließend. Welche Erwartungen hat die Freimaurerei für dich erfüllt? Welche nicht? Vielleicht mal zusammenfassend. Und was mich noch interessieren würde, ist, ob du sagen würdest, dass dein Leben, rückblickend auf alles, was dir jetzt passiert ist, auch im Sinne der Freimaurerei, würdest du sagen, dass dein Leben ohne die Freimaurerei signifikant schlechter oder vielleicht besser verlaufen wäre, wenn du da nicht reingeraten wärst? Ja, die Frage kann man so nicht beantworten. Es wäre mit Sicherheit anders verlaufen, aber da ich ja, wie ich eingangs sagte, an Fügungen glaube, wäre ich wahrscheinlich trotzdem irgendwie dann vielleicht einer anderen Organisation beigetreten, wo mir was Ähnliches passiert wäre, vermute ich mal. Also ich denke, dass das alles schon so seinen Sinn hat, wie das gelaufen ist, dass auch die ganzen negativen Erfahrungen ein Jahr weiterbringen. Also es tut zwar weh, es bringt einen fast an Rand der Verzweiflung, aber am Ende des Tages wächst du ja über dich hinaus durch solche Erfahrungen. Und auf den ersten Teil deiner Frage einzugehen, natürlich hat mir die Freimaurerei unglaublich vieles gegeben. Natürlich, auf jeden Fall. Aber eben nicht so eindimensional nur Gutes, sondern eben auch viel Schlechtes, wo ich dann auch wieder ins Umdenken gekommen bin, wo ich dann auch wieder sozusagen, wo, wie es immer so schön heißt, enttäuscht, das Ende einer Täuschung erlebt habe, mir gesagt, hey, du hast das vielleicht die ganze Zeit falsch gesehen, dass es so und so ist. Jetzt kriegst du mit, wie es wirklich ist. Das hat aber auch was Befreiendes, verstehst du? Das ist ja nicht so, dass du dann, natürlich kriegst du erst mal auf die Fresse, auf Deutsch gesagt, vom Schicksal. Aber im nächsten Schritt merkst du, das tut eigentlich auch gut. Das öffnet dir ja auch neue Wege. Das ist wie, wenn du im zivilen Leben 20 Jahre in derselben Firma arbeitest und dann kommt der Chef und sagt, ich entlasse dich jetzt. Da bist du natürlich erst mal schockig und sagst, was, 20 Jahre, ich habe mir gedacht, bis zu meinem Lebensende bleibe ich hier, alles ist easy, alles ist cool. Und dann brichst du, kennst du vielleicht die fünf Phasen des Sterbens nach Elisabeth Kübler-Ross. Die kann man nämlich auf solche krassen Lebenssituationen allgemein anwenden. Das ist nicht nur im Tod, beim Sterben so. Die erste Phase ist ja erst mal nicht wahrhaben wollen. Was? Ich werde jetzt entlassen. Mich wollen die rausschmeißen. Die müssen auch jemand anderes rausschmeißen, nicht mich. Und so habe ich mich hier verhört. Das ist halt dieses Nicht-Wahr-Haben-Wollen. Dann kommt die zweite Phase Wut. Das geht gar nicht. Die Dreckschweine, jetzt werde ich den aber zeigen. Und dann kommt die dritte Phase Verhandeln. Vielleicht kommen wir doch wieder zusammen. Und irgendwie, wenn ich lieb zum Chef bin, entlässt er vielleicht doch jemand anderen und nicht mich oder irgend sowas. Und dann kommt die vierte Phase, wo man einsieht, es wird doch passieren und da ist man erst mal in der Depri, im Depri-Loch. Aber wenn man das überwunden hat, wenn man diese vierte böse Phase, wo man dann wirklich ganz unten im Abgrund liegt, überwunden hat, dann kommt nämlich die fünfte Phase und die heißt Annahme. Und da merkt man, es ist alles gut so, wie es ist. Jetzt hat er mich nach 20 Jahren gekündigt. Hey, ich bin frei. Ich kann mir eine Selbstständigkeit aufbauen. Ich kann in einer anderen Firma anfangen zu arbeiten. Ich kann ein ganz neues Berufsfeld plötzlich jetzt machen und muss nicht mehr immer das machen, was ich vorher gemacht habe. oder ich bin einfach für meine Familie da oder sonst irgendwas. Also, genauso ging es mir auch mit dem ganzen Quatsch. Und ich kann allen nur sagen, die vielleicht in ähnlichen Situationen sind oder ähnliches durchlaufen gerade, gebt nicht auf. Es wird immer versucht, auf Phase 5 mit der Annahme zu kommen, nehmt es an und dann macht was draus. Und dann beginnt das neue Leben. Dann geht es nämlich wieder von vorn los. Und noch besser, als es früher war. 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 Untertitelung des ZDF, 2020